Herzlich willkommen heute zum Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Klaus Weigel. Er ist International Senior Sales Manager Stach bei Spark Technologies. Heute sprechen wir über Logistik im E-Commerce und Herausforderungen, die durch schwankende Versandmengen entstehen. Lieber Herr Weigel, wie schön, dass Sie heute wieder bei uns sind beim Business Talk am Kudamm. Herzlich willkommen. Lieben Dank, Frau Schulz. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und ich freue mich auch schon auf das Interview. Und damit starten wir auch gleich. Ihr Unternehmen vertreibt ja automatische Verpackungsmaschinen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie funktioniert denn diese Technologie ganz genau? Da möchte ich ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen, als die Firma Spark Technology 2013 sich entschieden hat, in diesen Verpackungsmarkt, Maschinenmarkt einzusteigen. Dann muss man sich überlegen, welche Strategie man fährt. Denn auch 2013 gab es eben schon, ich nenne es mal Verpackungsautomation, Verpackungshelfer. Und dann muss man entscheiden, kopiere ich ein vorhandenes Produkt und ich verdränge einen Player am Markt. Oder sage ich, ich setze auf eine junge Technologie, eine neue Technologie, die vielleicht mehr zukunftsorientiert ist und ich entwickle mir einen ganz neuen Markt. Und genau das hat die Firma Spark getan. Man hat auf eine sogenannte 3D-Verpackung gesetzt, eine Fit-to-Size-Verpackung. Was heißt jetzt 3D? Das ist eine Verpackung, bei der alle drei Dimensionen, Länge, Breite und Höhe an das Produkt, an den Inhalt angepasst werden, mit all den Vorteilen, die sich daraus ergeben. Diesen Weg ist man gegangen und heute sind wir stolz auf diese weise Entscheidung, weil kein Produkt, keine Automation würde passender sein in unserer heutigen Zeit, wo wir über Energie, über Ressourcen sprechen und auch über Automation und Arbeitskräftemangel. Also beste Voraussetzungen wurden vor zehn Jahren geschaffen, heute die Automation auszurollen. Wie funktioniert sie? Ja, unsere Maschinen werden von Bedienern mit Ware beschickt. Die Ware, ein Artikel oder mehrere Artikel, die zu einem Auftrag gehören, werden angeordnet auf einem Eingabeband. Sie werden genau so angeordnet, wie sie später auch im Paket liegen werden. Und ab dann übernimmt bereits die Maschine sämtliche Arbeiten. Die Maschine vermisst, wie groß ist denn der Inhalt. Die Maschine kalkuliert, wie viel Wellpappe sie dafür benötigt und schneidet sie zu. Sie faltet diese Wellpappe um die Ware und fixiert denn die Box, sagen wir. Dann haben wir schon eine geschlossene Einheit mit dem Inhalt, mit dem Auftrag. Weiter wird das Versandetikett aufgebracht, was gleichzeitig eben dann auch das Porto darstellt. Und auf Wunsch können wir auch noch die Boxen individuell bedrucken, bevor es dann in das Fahrzeug, in das Transportfahrzeug, in den LKW geht. Und welche Produkte können Ihre Maschine versandfertig verpacken? Da wir eine sehr, sehr große Range haben, vom minimalmöglichen bis zur maximalmöglichen Boxgröße. Wir starten mit einem minimalen Paket von etwa etwas kleiner als eine DIN A4-Seite in der Grundfläche und 5 cm in der Höhe. Bis hin zu einem sehr großen E-Commerce-Paket von 60 x 60 cm und 40 cm in der Höhe decken wir natürlich ein riesiges oder das komplette Spektrum ab aller Produkte, die grundsätzlich über den Distanzhandel, über das Paket bewegt werden können. Wir machen mit unseren Maschinen nichts anderes als eine Versandumhüllung, eine Schutzumhüllung für alles, was sich per Paket versenden lässt. So, wer sind unsere Kunden? Wir beginnen vom Geschäftskunden, der seine Ersatzteile an andere Geschäftskunden sendet, Werkzeugversender, bis hin zum Food-Versender, der eben dann das offene Geheimnis, das individuell gemischte Müsli, dann per Paket bestellt. Was ja bei Ihrer Maschine wirklich einzigartig ist, dass sie so maßgefertigt die Produkte einpacken kann. Welche Vorteile birgt das denn zum Beispiel, wenn man es vergleicht mit einem ganz normalen Standardkarton? Ja, ich beginne jetzt hier mit dem Standardkarton. Wie wird eigentlich ein Standardkarton behandelt? Ein Standardkarton wird zusammengefaltet auf einer Palette angeliefert. Er muss von dem Mitarbeiter, von dem Packer erst aufgefalten werden. Er muss durch Klebebänder fixiert werden, damit er auch seine Form hält. Erst dann beginnt eigentlich sein Verpackvorgang. Er legt die Ware in den fertigen Karton. Der fertige Karton hat natürlich eine feste Größe. Er wird immer größer sein als das Produkt, das man verpacken will. Man muss diesen Hohlraum zusätzlich ausfüllen mit Füllmaterial. Und da ist jetzt ganz wichtig noch zu erwähnen, Packer neigen natürlich zu größeren Kartons. Warum? Es lässt sich leichter einfüllen. Aber wenn ich natürlich einen noch größeren Karton nehme, dann muss ich auch noch mehr Füllmaterial nehmen. Und da setzt unsere Technologie an, dass sie sagt, der Packer oder der Bediener dieser Maschine muss in Zukunft nur noch die Ware anordnen, so wie sie im Paket liegen soll. Und die Automation und die Maschine fertigt dann eine Box, eine Versandbox, passgenau, ohne Füllraum um die Ware. Und wie groß sind hier so die Einsparpotenziale? Die Einsparpotenziale, die sind jetzt natürlich abhängig von Kunde zu Kunde. Aber durchschnittlich können wir heute sagen, dass wir durch das Reduzieren der Boxgrößen 20% weniger Wellpappe nachfragen. Wir fragen 20% weniger Wellpappe in der Fabrik nach. Sie wird nicht produziert, diese Ware. Sie muss auch nicht irgendwie gewaschen werden durch Zertifikate, sondern sie wird einfach eingespart, die Ressource. Das ist im Bereich der Wellpappe. Und dadurch, dass wir unsere Pakete kleiner machen, können wir sagen, im Durchschnitt 30% weniger Volumen. Heißt, wir bekommen mehr Pakete in einen Lkw und die Transporteffizienz wird erhöht. Und bei vielen E-Commerce-Unternehmen gibt es ja auch mal einige Peaks innerhalb eines Jahres. Wie schnell kann denn Ihre Maschine einpacken und wie viele Mitarbeiter bedarf es dann auch für den Betrieb? Ja, die Peaks sind wohl die größte Herausforderung mittlerweile bei den Firmen. Man könnte das Gefühl haben, dass die Peaks immer höher werden. Es wird immer volatiler, der Auftragseingang. Und deshalb ist es auch ganz, ganz schwierig für die Firmen heute, mit manueller Verpackung dem Folge zu leisten. So, die Automation unserer Maschinen, wir kennen zwei Maschinentypen, arbeiten mit Geschwindigkeiten von 500 Paketen pro Stunde und 1100 Paketen pro Stunde. Beide Systeme werden mit einem oder zwei Bedienern gefahren. Jetzt kann man schon sehen, im Vergleich zu einer manuellen Verpackung benötige ich für 500 Pakete durchaus 10 Pakplätze oder für 1000 Pakete sogar 20 Pakplätze. Ich spreche also von einem Verhältnis von zwei Bedienern, 20 Pakplätzen, 20 Packern. Und wichtig ist natürlich auch zu wissen, welche Anforderungen müssen denn jetzt die Räumlichkeiten bieten, also die Lagerhallen, die Lagerflächen, damit Ihre Maschinen überhaupt installiert werden können? Das ist richtig. Wie jeder andere Packplatz braucht unsere Maschine natürlich auch einen Stellplatz. Aber wir haben eine sehr, sehr geringe Anforderung an die Infrastruktur des Gebäudes. Deswegen können wir auch sehr leicht in Lagerhallen aufgestellt werden. Wir brauchen Strom, wir haben Druckluft, aber das ist sehr, sehr einfach für die Firmen zu realisieren. Vom Footprint einer solchen Maschine kann man sich vorstellen, wenn ich es als Rechteck darstelle, sprechen wir hier von 140 Quadratmetern oder 280 Quadratmetern. Das klingt jetzt auf den ersten Moment sehr viel. Es ist auch ein Rechteck, was wir hier abbilden, aber die Maschinen sind nicht rechteckig. Nicht die komplette Fläche wird belegt sein. Sie kann auch noch für Nachschubmaterialien genutzt werden. Und können Sie auch sagen, wie hoch ungefähr das Versandvolumen sein sollte, damit sich die Maschine dann letztendlich auch wirklich rentiert? Als ich vor zwei Jahren begonnen habe bei Spark Technologies, da gab es den Richtwert, die Schwelle 800 Pakete pro Tag, sollte eine Unternehmung als Ausstoß durchschnittlich haben, damit sich aus finanzieller Sicht ein ROI rechnet. Aus finanzieller Sicht ist das auch immer noch korrekt. 800 ist eine Einstiegsschwelle, aber dieser Wert sinkt ab aus einem anderen Einflussfaktor. Der Arbeitsmarkt hat sich gedreht. Die Verfügbarkeit von Arbeitskräften ist gar nicht mehr so gegeben, wie es vielleicht vor 10 und 20 Jahren war. Und deshalb müssen heute Firmen bereits früher einsteigen mit Automation, um auch 600 Pakete pro Tag termingerecht und dem Versprechen gemäß auf den Weg zu bringen. Ja, das war schon meine letzte Frage gewesen für heute. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren und bis ganz bald. Ganz herzlichen Dank für die Fragen und die Antworten, die ich geben durfte.